Willst du dir fragen, wie ist deine Gesundheit? Ich bin gut, ich fühle mich gut. Du warst seit langem im Krankenhaus? Ja, am 7. Juni. Ich habe noch drei Wochen trainiert. Kannst du uns genau erzählen, was passiert? Ja, meine Aorta. Meine Aorta wurde aus der High-Blob-Rustre. Ich habe es nicht zu ernst genommen, weil es in meiner Familie ist. Aber ich bin gut. Ich habe einen CT-Scan und einen Echocardiogramm gemacht. Alles ist wieder gesund. Ich habe drei Wochen zu arbeiten, ganz langsam. Wann war das während des Trainings? Nein, ich habe meine Kunden trainiert in meinem Studio. Und ich fühlte einfach eine scharpe Schmerz in meinem Kopf. Und die nächste Woche weiß ich, ich wuchs auf und sie hatten die Surgery-Dent. Okay, vielen Dank. Und wir wünschen dir das Beste. Danke. Danke.